hallo ich bin xami und das hier ist mario strikers auf der switch das ist mein erstes mario strikers das spiel gab es ja schon auf dem gamecube und auf der wii glaube ich und ich mag sportspiele ich mag fußballspiele es könnte genau das richtige für mich sein bin gespannt aber als erstes steige ich mal ins tutorial ein so hier kann man wie in mario card items sich holen und die auch benutzen das ist witzig so hier soll ich jetzt das pilz nutzen und der rennt mit einer feuerspur der mario das ist cool geht weiter mit den items eine bombe eine bombe man kann bomben schmeißen also ich kann mir schon vorstellen dass das richtig hektisch wird auf dem fußballfeld so kommt das macht spaß so ein noch prima das kann ich doch ganz gut man kann wohl zwei items halten ach bananen gibt es auch aber die rutschen da nicht aus sondern sind dann ausgenockt für ein paar sekunden die sehen sterne acht schaut mal hier die panzer die gibt es auch also die muss man wahrscheinlich die muss man wahrscheinlich manuell ziehen die gehen dann in eine richtung und prallen dann von der wand ab und man kann bestimmt auch selbst getroffen werden ja und natürlich der rote panzer der zielt von selbst wie in mario kart die armen joshis ach und den stern den gibt es auch damit kann ich dann die leute umlaufen ich glaube ich bin gar nicht schneller aber ich bin dann quasi von unstoppbar auch mit der musik sehr schön was jetzt ach so ich habe einen vergessen ja ja jetzt so und hier lerne ich jetzt super schüsse man muss diesen ball einsammeln dann ist man aufgeladen er hat nicht funktioniert man muss gedrückt lassen ja verstehe halten 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 und jetzt man muss diese blauen flächen treffen ach mit animation schaut mal der macht den ball zur feuerkugel guckt böse und schmeißt die ball an hand aber gehalten ja wahrscheinlich ist das dann genauer man diese blauen flächen trifft und besser wird der schuss so dreimal soll ich es machen aber einmal mache ich noch jetzt das reicht ja dann so wo ist denn dieser ball ich muss jetzt diesen ball aufsammeln da hinten ist er so ich bin nicht aufgeladen jetzt habe ich 20 sekunden zeit diesen super schuss zu machen die joshis die wehren sich hier ordentlich ich verliere hier im tutorial es kann ja heiter werden so kommen nach vorne den ball ich habe noch ein paar sekunden so princess hier einmal aufladen und jetzt treffe ich die blauen dinge da nicht perfekt aber immerhin schmeißt den mit den füßen hoch ich würde ja immer noch sagen das ist hand spielen hier we go und was macht der ball der fährt eine kurve nie der der malt ein herz auch das ja niedlich aber wird wieder gefangen die joshis ganz verliebt hier und der torwart auch doch der schmeißt den ball ins eigene tor so ich bin bereit für ein richtiges match das ist jetzt online zwei gegen zwei wir sind team lila und ich bin nummer fünf also immer auf die fünf achten den quatsch mache ich dann so ich habe sogar anstoß und zack so pass nach vorne so sieben komm mitspieler schieß 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 ach er findet den schussknopf nicht schade schade so versuchen den ball wieder zu bekommen hier ist auch ganz in überzahl hier team rot platte und 1 zu 0 liegt ich zurück aber ich verstehe das ist gar nicht schlimm weil viele dabei die das spiel das erste mal spielen so wie ich alles in ordnung wir müssen es ja lernen so ich habe anstoß passt zurück passt zu mir die bombe ist auch platziert und pass hoch pass hoch und schuss nee das war eine flanke das hat nicht gereicht schade schade gegner den ball die spielen schön hin und her hier so abgenommen und schuss schuss oh ja sehr schön aufgeladen hat er gut gemacht aufgeladen vorher hat die hat den freiraum genutzt um den schuss stärker zu machen hier und hat sehr platziert geschossen 1 1 schauen wir mal ein bisschen orientieren ich habe den ball hat den ball passt nach vorne das war knapp das war knapp war gut reingepasst man hat ja auch verschiedene pässe tief passt hochpasst der flanke nennt man das ich bin chaotisch und dabei zu sprechen ist gar nicht so einfach so da ist er ganz alleine der tod da hat er keine chance so ein bisschen schauen wie man sich positioniert so wurde ich geblockt zwar gar nicht jetzt sind die überzahl drei gegen null nur noch der torwart passt er rein der versuch selbst da konnte ich direkt rein grätschen das wird ihm eine lehre sein so konter pass hoch und schuss hat er mich geblockt direkt beim schießen so wieder frei für der ball mit der mit der banane hat er mich ausgenockt ist so gemein auch spielen die sich dem schönen zu dem ball hier aber mein torwart macht das ganz gut der torwart ist automatisch in den leeren raum ist nicht so gut so außer schluss abgeblockt was passiert passiert ja und jetzt kommt ja waluigi hat vorne aufgepasst mein schuss war hart sehr hart und der torwart muss den abtrallen lassen und waluigi stand halt vorn und hat dann die chance genutzt wir führen 2 zu 1 weiter geht's so immer schön umhauen die leute hier man muss ein bisschen aufpassen oh der liegt auf muss ein bisschen aufpassen mit dem tackle sonst ist man ja auch außer gefecht wenn man zu zu sehr daneben tickelt passt runter 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 jawohl Mist gegen den bowser geschossen gleich nochmal und schuss schuss gut gehalten gut gehalten also sehr viel chaos hier auf dem auf dem feld schön gehalten spielen die sich den gut hin und her also da kann ich nicht meckern muss ich hoch anerkennen dass man das mario weiß nicht was los ist dieses passspiel das verwirrt den torwart und dann kann man einfach auch ohne scharfen schuss einnetzen weiter geht's was runter kommt kommt ja kommt mit schießen schade war ich zu dicht am torwart rot hat den ball oder die beiden schießt von dahinten ist ja mutig der tod hat aber nicht genug kraft im schuss hast keine da die liegt sie liegt das zurück in den feinen raum kommen jetzt noch mal neu aufbauen was man der mario der hat da vorher reingegrätscht muss echt aufpassen zu lange am ball darf man auch nicht bleiben so jetzt einmal grätschen daneben und tot zieht ab wir haben den ball aber zurück zum torwart durchatmen schuss aus der ferne hat nichts gebracht der ist langsam der bowser der ist echt langsam der pass nach vorne weiter komm 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 und schuss ein pass noch gespielt in die mitte das reicht dann querpass schuss so wir führen 33 sekunden noch 3 zu 2 der team rot hat den ball spielt sich den hundert her liegt aber der joshi jetzt kann ich hier vorbeilaufen hat er mich gehauen das ist gemein echt gemein sind die wieder vorm tor oh man das war gemein der waluigi hat den ball geblockt aber der geblockte ball fällt dann auf den torschützen ja auf den tod das ist ja gemein 20 sekunden 3 3 spannendes spiel auf jeden fall spannendes spiel mir macht das so viel spaß was shit der rot hat den ball rot hat den ball aufstehen alle mann aufstehen oh gut gehalten jetzt kommt nach vorne unten links der mario ist frei unten links unten links unten links und schuss ja 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 genau in den winkel gehämmert ja da kannst du dich freuen mario kommen sieben sekunden jetzt noch mal verteidigen ja mario strikers was für ein spaß sehr chaotisch aber ich glaube mit ein bisschen übung kann man die ganzen techniken auch lernen gibt so viel zu lernen auch den rechten stick zum ausweichen habe ich doch gar nicht benutzt aber trotzdem kann man spaß haben viele tore schießen die ganzen items nutzen und werde ich mir auf jeden fall genauer anschauen jetzt am 10 juni erscheint das ich freue mich drauf was was und was Bis zum nächsten Mal.